Wir sind hier wieder bei einer weiteren Folge Letaite Fall Wir haben das letzte Mal hier aufgehört, als wir den letzten Helm collectet haben Haben wir den noch? Ja, haben wir BT ist geklaut worden, die haben uns tatsächlich von den Titan geklaut Ich weiß nicht von wo sie den Mut haben zu uns Ich meine, hallo Es ist ein Titan, den klaut man nicht einfach und so Aber bei der IMC Sieht das nach einer Gewohnheitssache aus Alter, wie tief sind wir jetzt gefallen? Okay, irgendwie haben wir das jetzt geschafft So, wir gehen jetzt BT retten, hätte ich gesagt Doch zuallererst haben wir hier fast keine Munition mehr Können wir die restocken, ist das irgendwie möglich? Was sind das meine? Nehmen wir auch Okay Und dann haben wir Also zwei Waffen noch unsere Riesen-Plasma-Kanone Wie auch immer man das nennen mag Und dann sage ich Machen wir uns mal auf den Weg So, Helme Müssen wir heute keine Acht drauf geben Denn die haben wir alles Äh, die haben wir alles BT Notfall-Feed Mission Mission Zu Pilot Cooper stoßen Major Anderson Achtung Gefährliche mechanische Umgebung Status Befreiung von Manipulator-Arm Nicht möglich Aktion Starte Versuch 35 Fehlgeschlagen Befreiung von Manipulator-Arm Nicht möglich Starte Versuch 36 Fehlgeschlagen Nur 37 und 38 sind nicht mehr angekommen Pilot Brauche hohe Unterstützung Sicherheitssystem scheint hier in Teilen geschnappt zu haben Weniger Arbeit zu uns Ein Pilot geordnet, im Erneinigen Der Landverluste Bastard, stirbt Alter Die Waffe ist ja schlecht Ja, fast schon Ola Ola, haben wir eine fette Fist Ähm, zuerst noch So Rette BT Okay, werden wir machen Ja, ich bin jetzt auch mal auf Schwerten Oh, hier gibt es wieder drei Helme Okay Der Land ist nämlich unvorhert Ziemlich schnell fertig Ähm, ja Ziemlich schnell fertig gewesen Nein Ola Ola Weiß nicht, gibt es hier unten was? Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen Was sieht einer von unten? Nein, wie ich hier nämlich kann Nee, ich brauche keine Hilfe Umspannwerk, okay BT, wie komme ich zu dir? Fangen Sie den Rohren in die unteren Ebenen Oh Verliere den Kunde Nein BT Ah, scheiße, BT Wir haben einen Helm So Ein vor drei Helm Super Ähm, dann Wie gesagt, wir gehen hier hin Um zu schauen, was es hier gibt Und dann ist mir noch etwas aufgefallen Ähm, dann sage ich schon mal Ich bin schon kurz weg und komme gleich wieder So Hier bin ich wieder Ähm, ja So, dann machen wir mal weiter Den Helm haben wir geholt Hier gibt es keinen Helm Ich sehe mich Mal vorsichtig Ah Ich sollte mich weniger nach Helmen umsehen und mehr spielen, hätte ich gesagt Ich weiß nicht, wieso mir die Collectibles in diesem Spiel so wichtig sind Alter Ach so, mal scheiße auf die Helme Dann Machen wir hier mal ernst Oh Das wollte ich nicht Ähm Hier gibt es keinen Helm Ne Sieht nicht so aus Hier oben vielleicht Jo Könnte sein Könnte unter Umständen sein Komme ich da hoch Natürlich sind Pilot Cooper Wer sind der Pilot der Cooper Wir schwackeln mit der Hälfte Und gehen diese Wand hoch Okay Darum wird es wahrscheinlich keinen Helm geben Dann gehen wir mal weiter Ich kann mich so cool an der Wand downsliden Alter, ist das eine fette Einrichtung Ne, machen wir jetzt nicht so Okay Danke BT für die Warnung Werde versuchen vorsichtig zu sein Kann ich aber Nicht versprechen Wahrscheinlich werde ich eher an den Parkour Skills sterben Anstatt an der Infanterie Da haben wir alles Ah, hier geht es weiter Da kann man es machen Okay Dann ist hier auch nichts So Okay Spitfire Ja, nie Ach, halt die Fresse Ich bezahle dich nicht fürs Mitdenken Störe den Laden, wenn es sein muss Verstanden? Blizz card Wenn einer Einen Helm sieht Soll er das sagen Äh, zerquetscht werden? Und was? Oh oh Ah Alter Alter Alter, okay Ja Da sollte ich mir nicht so viel Zeit lassen Ja Okay Das war ein bisschen übereiflich von mir Verstanden, blizz card Äh, da Was passiert denn genau Okay Nee, du hast mich nicht gesehen Du glaubst nur, dass du mich gesehen hast Aber du hast mich eigentlich nicht gesehen Hey, das ist nicht nett Geht so nicht mit dem Kunden um Wo bist du? Alter, du nicht scheiße Alter, alter, alter He, 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 he Äh Helm? Nee Alter Wo ist der Robi? Haben wir den getötet? Ja, haben wir Äh, geh mal Die hier Die hat nämlich Gut funktioniert Das letzte Mal Nämlich gut funktioniert Den haben wir Alter, ich bin schon Alle, alle weg Oh, das war nice Dann machen wir ein bisschen Pilot-Action Alter, das war ein richtig Hilter-Kill Äh Wohin müssen wir Folge dem Platten Okay, ich werde den Platten holen Ich werde aber Noch zuerst Mich etwas umschauen Äh Sollte euch Äh Das dauernde Gesuche nach den Ähm Höllen Auf den Sack Gehen Dann bitte Mehr Das Dann werde ich Nicht mehr Aufs Spiel Funktionieren Ja Dann werde ich Nicht mehr Aufs Spiel Funktionieren Ähm Will ich Das Nee Das Will ich Nee Nee Wenn ich Okay Das war richtig Scheiße Von mir Nee So Diese Station wurde zum Töten gebaut. Ich bin sicher, das kann ich mir zunutze machen. Du bist hier nicht auf dem Spielplatz. Ich bezahle dich nicht fürs Mitdenken. Zerstöre den Laden, wenn es sein muss. Verstanden? Flissgarten. Pilot, ich bin in einer Montagestraße. Vielleicht gibt es einen Hausgang. Ich empfehle Sie folgen der Plattform. Diese Anlage ist extrem gefährlich. Passen Sie auf, dass Sie auf dem Fließbahn nicht zerquetscht werden. Da war doch noch jemand. Oh oh. Habe ich, mache ich immer wieder gern. Tja, diese Waffe gefällt mir. Alter, ja. Faustin! Ja. Gut gemacht. Ist eine coole Waffe. Ist so eine Art Mini-Shotgun, habe ich das Gefühl. Aber hier werden Platten gemacht. Das heißt, künstliche Erde und ich weiß nicht was alles. Da finde ich schon ziemlich geil. Ich weiß nicht, dass das in der Realität irgendwann mal machbar ist, aber da lasse ich mich gerne überraschen. Ich glaube ich darf es jetzt an. BAM! Uh. Du stirbst jetzt. Shit. Elender Roboter. Dann machen wir etwas Piloten-Action, hätte ich gesagt. So. Hier wird da jemand sein. Ich muss immer mit der Ruhe vorgehen. Mit Gewalt geht nichts. So. Dieser Blisk, der da ja immer diese netten Leute kontaktiert. Von wo kommst du denn? Ähm. Der scheint der Anführer, diese, ja, AMC, möchte gern Piloten zu sein. Und ich denke, das wird unser, ja wie soll ich sagen, äh, Endboss. Und ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ich liebe diese Waffe, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Oh, scheiße. Alter Schwede. Alter. So. Diese Waffe rettet uns immer wieder. Mal schauen, was habe ich hier denn so? Nee, die ist scheiße. Die will ich nicht. Alter, wie viele Schüsse man mit der braucht. Da ist ja schon ein bisschen viel. So. Dann haben wir den hier. Nichts. Hier was. Nichts. Einmal. Na klar. Der Feuer-Juriken ist und bleibt eine Klasse für sich. Dann nehmen wir hier noch ein paar mit. Hätte ich gesagt, äh. So. Dann. Frage ich mich jetzt. Ich werde durch einen Bereich gebracht, in dem fertige Elemente gelagert werden. Wir sind nicht weit weg. Gehen Sie weiter. Ihre Zuversicht ist ermutigend. Die Fähigkeit, positiv zu denken, zeichnet einen roten Piloten aus. Danke, bitte. Aber was bauen die hier? Wirklich? Das hätten wir eher fragen sollen, als ob unsere Beziehung mit dem Titan, ja, zu verinnerlichen. Oh. Alter, das hat jetzt geil ausgesehen. Ich brauche nur Munition. Ich brauche nur Munition. Nein, die haben den ganzen Tag hier. Ja, wie soll ich sagen. Ich habe es noch gewusst. Dieser Sneaky-Hohren-Söhne. Dieser Sneaky-Hohren-Söhne. Du kannst mich mal, wenn du da hinten kannst mich mal. So. Was für eine Unterstützung. Ich bin hier. Hier ist die Unterstützung. Warte, diese Scheiß-Roboter gehen mir auf den Keks. Kann ich mir gut als Titan-Waffe vorstellen. Wir haben diese, also was haben die, den, der mehr, das ist eine Sniper, das ist ja auch ein Sniper. Spitfire. Und wir haben eine Elektro-Rauchgranate und bla. Und bla, und pli, und plup. Äh. Wir haben noch keinen einzigen Helden. Ich weiß nicht, mich stört das irgendwie. Äh. Dass wir noch, wir haben sicherlich, irgendwelche haben wir sicherlich unnötig verpasst. Äh. Ich schaue, als wären wir dort hingehen müssen. Alla. So. Ich hoffe, ich verpasse hier nicht. Das machen wir. Wir werden lange, immer besser. So, wir sind immer besser, wenn ich hier fast, äh, abstürze wie eine Drecksau. Äh. Ich will B.T. noch finden. Oh, ihr dreckigen. Robo-Spinnen. Hat für mich ausgeliebt, ich bin auch mal hier dran, ne? Alter. Was für eine Waffe, der denn? Oh, wo? Da schießt doch jemand. Verdammt, ja. Verdammter Bastard. Alles Schnauze. Schnauze. Oh. Tut mir leid, wollte ich nicht. Gut so. Ich komme, ich jetzt wohin. Dadurch bestimmt nicht. Wo, wenn die Platten weiter verarbeitet. Da leben noch will ich. Geh mal ganz rauf. Das sieht für mich richtig aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Endprodukt nachher pausenmal sehen werden. Und wir werden uns dann sagen, scheiße, wir wissen, wie das gebaut ist. Oh mein Gott, das sind alles Fake, Leute. Aber, aber, wir sind nicht mehr, wir sind nicht, wir sind nicht. Das wird uns hier angeboten, keine Waffen. Schade, dann muss ich hier wohl. Ach so, haben die mich nicht mal gesehen, diese Cheater. Hey, Robo, fang mal. Super gefangen. Ähm, ne, ne. Ich habe mal gekratzen hier. Äh. So, wohin müssen wir, wir müssen dort drüber. Ich gehe mal einfach hier mit dieser Platte mit und hoffe, dass ich auch an mein Ziel gelange. Das ist ja scheiße. Ich bin einfach nicht zu sehen. Vielleicht schaue ich einfach mal auf. Ne. Ja, soviel ich will zu bitten. Aber gut, wie gesagt. Das wäre es für heute, hätte ich gesagt. Ja, dann wäre es das für heute und dann verabschiede ich mich auch für heute, also für die heutige Titanfall-Folge und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei einer Folge Titanfall. Ja, dann wäre es das.